Da haben Sie dieses Foto gefunden, Frau Schülerin. Das war dann oft in einem Keller, abends, um sieben. Ja, ich war in der Waschküche, auf einmal sehe ich auf dem Boden über solche eklischen Silberfischungen, aber ich war gerade auf Arbeit und habe immer zu besuchen und ging ja im Haus der Brüche. Also musste ich mich eben um diese Insektenkolonie kümmern. Und wo mag ich das? Wie gesagt, die Silberfischen kamen aus einem Regal davor, sieht ja ein Regal davor. Und dieses habe ich zur Seite geschoben, auf einmal steht da eine Tür. Ich wusste bis zu dieser Zeit nicht einmal, dass es in diesem Haus noch ein Zimmer gibt. Ja, und eben in dieser Kammer, oder besser gesagt in diesem Schein, stand eben dieses Foto auf einem Tisch, umgeben so Kerzen und Filien. Und ich war so schockiert, ich habe meinen Augen kaum getraut. Ich bin so fort wieder rumgerannt. Ja, warum stand eben unsere Hauswärterin und wir sehen, wo ich an einer Tasse bin. Und in dem Moment nehme ich jedenfalls an, wie er sehr umgeht, ich bin in meinem Kopf, ich bin selbstverständlich, habe ich das. Vor allem, weil sie die ganze Zeit davon bewusst haben muss. Sie ist bis seit über 20 Jahren Haushälterin dieser Familie. Ja, und als der Sot auf dem Estes Link sah, da sind ihr fast die Augen rausgefallen. Das habe ich genau gesehen. Hm. Ich bin so richtig.